Endlich verstehe ich, warum Schmidt immer so ein nervöses Brack ist, wenn ihr zusammen seid. Sicher. Na, ne, nehmen wir die erstmal hier. Das noch Anna. Okay, pack die Trinatoren ein. Sein Planer gibt für mich immer mehr Sinn. Nimm so viele, wie du tragen kannst. Ich bin dann mal so frei. So, wir werden dem Ganzen hier jetzt ein Ende setzen, hoffe ich doch. Wir haben ja noch ein Hühnchen zu rupfen mit Haarst. Ich hoffe, dass wir eine Finn. Okay, hier haben wir alles. Auf geht's. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich und mein Orientierungssinne. Ohne Navi geht hier gar nichts. Oha. Alles klar. Warte mal, ja, soll irgendwas angezeigt. Da hinten müssen wir hin. Alles klar. Aber wie komme ich da hin? Hier haben sie die Tür verriegelt. Scheiße. Okay, nochmal zurück. Aber von hier sind wir doch gekommen, verdammt. Na ja, nochmal ganz zurück. Na ja, von hier sind wir ja gekommen. Also hier sind wir definitiv falsch. Na ja, müssen wir nochmal zurück. Ich habe bestimmt was übersehen. Das kommt ja bei mir öfters vor. So. Tja. Gut, hier geht es nicht weiter. Das wissen wir ja. Gut, müssen wir hier nochmal gucken. Ist hier noch irgendwo eine Tür, die ich nicht gesehen habe? Wahrscheinlich. Ja, hier, da. Sie sind da. Ja, es kommt schon mal vor, dass ich was übersehe. Oh shit, da kommen sie schon. Schnauze. Okay, weiter, weiter, weiter. Kommandoraum, Zentralraum, Kontrollraum. Den Bereich sichern, alles klar. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Den nehmen wir doch mal glatt mit. Kann ich hier noch irgendwas betätigen? Oder liegt hier irgendwas rum? Nö. Alles klar. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Moment mal. Ah, hier müssen wir hacken, hä? Jo. Na, gehen wir mal in Deckung. Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist. Sturmtruck, was auch sonst. Alter Schwede, alter Schwede. So. Alter, wo? Erstmal rein hier. Das können wir doch hochjagen da. Wunderbar, gleich einer erwischt. Wunderbar, wunderbar. Da kommt schon so ein Flammböhl wieder. Diesmal nicht, Junge. Au, alter. Okay, war's das erstmal, oder was? Ne, da kommt noch einer. Alter, was ist denn mit mir? Am aiming. Ich treffe ja überhaupt nicht. Ey, jetzt. Alles sicher. Halten, ich habe Offiziere belauscht. Der Widerstand hat die Basis der ersten Ordnung gefunden. Sie greifen jetzt an. Sehr gut, Schreff. Wir sind fast fertig. Halt dich bereit. Dann bis gleich. Wenn wir an dem Generator Detonatoren platzieren, bremst das Schiff in einer Sekunde von Lichtgeschwindigkeit auf Null. Klar. Bringen wir die Detonatoren an dem Generator. Dann kommen wir her, Schätzleine. Machen wir es. Hehehe. Oh, yeah. Okay, jetzt kommt der Abschau. Wo sind sie? Da. Oh, tschüss. Wie läuft's bei dir? Läuft, läuft. Wunderbar, wunderbar. Oh, 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 da kommen wir auch zwei Mann gleich erledigt. Wunderbar. Los, hey, weiter, weiter, weiter. Vermis Generator. Schmeiß wir doch mal hin. Oh, guck mal, was sie fliegen können. Was dauert da so lange? Beeil dich, Say. Oh, da kommt noch mehr. Ich komme hier aus allen Richtungen. Aua. Oh, nein, verdammt. Ah. In dem Spiel geht man aber so schnell drauf, ey. Man muss so aufpassen, ey. Das ist irre. Entschuldigung. Oh, da kommt noch einer. Wo? Da ist er. Versteckt sich. Okay, ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen und nicht wieder drauf gehen. Hier gibt's erstmal schön eine Granate. Oh, 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 oh. Oh. Na, sieht doch schon mal fürs Erste ganz gut aus. Aber wir haben's doch nicht ganz geschafft. So, au, 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 au. Mich nix, mich nix. Genau, ich nehme mich um. Au. Ich heiße jetzt mich nix. Hahaha. Ah ja, Flambe. Ich kann nicht aufhören zu schießen. Ich muss dich ja beschützen. Alter, wieso treffe ich den nicht? Hallo? Oh, aber jetzt. Oh, schon wieder so ein Flambe, diese Flambe böse. Diese Flammtruppler, die Nerven ganz schön. Ja, Say, beeil dich. Oh, hier kommt der Nächste. Hast mich fast erwischt. Nun kommt schon, nun kommt schon. Beeil dich, Say. Oh, noch ein Flambe, ey. Die Nerven. Aber hier habe ich eine gute Stelle erwischt. Ja, erwischen sie mich nicht. Oh nein. Jetzt ist die Knarre wieder überhitzt. Jawohl, den haben wir. Da kommt schon der Nächste wieder. Du nicht. So. Da, Alter, das hört gar nicht auf. Wie viel kommt denn da? Oh nein, 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 nein. Stellar. Toll, ich bin immer gleich toll, wenn sie mich treffen. Jetzt geht der nicht drauf, dieser Flambe. Jawohl, den haben wir. Ja, ich komme. Ich helfe dir, Say, warte. Den haben wir schon in der Luft gesprengt. Der ist auch vorhin geflogen. Oh, hier habe ich gar nicht gesehen. Das war knapp. Oh nein, Flambe. Ey, die Nerven, diese Flambe. Diese Flammtruppler, ey, Mann. Wie viel kommen denn da? Wie viel Gegner, das ist ja irre. Ja, ja, mach doch mal schön Feuerchen. Läuft, läuft. Alles im Griff. Oh, das war knapp. Ja, Moment, ich bin doch da. War schon wieder so ein Flambe, die Nerven. Das ist aber auch ehrlich, doch. Ja, mache ich doch die ganze Zeit schon. Oh, hast du gesehen, wie sie wieder schön geflogen sind? Noch, Anna, wie viel kommen denn da? Das hört ja gar nicht auf. Hier muss auch wohl ein Nest sein. Das waren alle, ja, ja, klar. Achso, der hat, was sie anbringen musste. Alles klar, alles klar. Das hört gar nicht auf. Muss doch mal ein Ende haben, ja. Oh, 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 werden wir hier auch noch beschossen, so. Ohne Ende hier. Das nimmt gar kein Ende hier. Mann, Mann, Mann. Daumen. Ah, geschützt, deswegen. Jawohl, das ist schrott. Wunderbar. Alles klar, da muss man mal gucken, wo das Scheißdick ist. Wengewehr war das ein Kampf eben hier. Mann, 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 Mann. Unmengen von Gegnern, ey. Ah, hier unten müssen wir hin. Alles klar. So, was soll ich hier jetzt hacken? Logisch, logisch. Lass doch mal kommen. Lass doch mal kommen, die Kack-Noobs. Wo denn, wo denn, wo denn? Da. Da lief doch eben einer lang. Okay, auf geht's. Der ist weg. Au, 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 au. Au, au, au. Hierzu bleiben ist keine gute Idee. Schnell wieder da rein. Au, 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 au. Oh, wie schaffen wir das, ey. Das wird kriminell hier. Das wird grenzlich. Oh, oh, oh. Oh, der wurde, wurde da oben. Ich komme hier aus allen Richtungen, du. Dann lauft noch einer lang. Woll doch wieder in den. Ach, scheiße. Jetzt ist die Knarre überhitzt. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Ist halt mir auch noch verletzt. Okay, den haben wir. Ey, ist das. Oh, 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 oh. Komm hier von allen Seiten, du. Da sitzt noch Arne. Oh, Flambe. Oh, gut. Ja, wurde uns gerade grillen. Oh, den haben wir nicht getroffen. Da, jetzt. Und weg ist er. Schön hat er, hat er schön das Köpfchen hoch gemacht. Yeah. Au, alter, noch ein Pflampe. Oh, Gott sei Dank haben wir den erwischt. Das war knapp. So. Ich habe hier auch Probleme. Ich werde hier beschossen. So, war es das jetzt? Oder kommt er? Oh, das werden ja immer mehr. Okay, Sicherheitstür. Oh, 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 oh. Sicherheitstür entriegelt. Alter Schwede, da wurde es gerade grillen. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Aua, au, 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 au. Lass mal hier hinten hin. Hier sind wir falsch. Ja, ich war es. Entschuldigung. Na gut, hier auch nicht. Welche Sicherheitstür? Hier sind wir noch irgendwo welche. Hier sind wir noch irgendwo Gegner. Meine Fresse. Äh, warte mal. Wir gehen mal hier hoch am besten. Von oben hat man einen besseren Überblick. Los. Nun lauft doch schon, du Sau. Au. Raum gesichert. Aber nicht für lang. Wir müssen es beenden. Für alle Opfer der ersten Orten. Für die Kinder. Ihre Familien. Für Dad. Für alle. Okay. Oh, das kann man hacken hier. Wunderbar. Dio, hack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. So, jetzt muss ich mal ein kleines Verschnaußbrowser machen hier. Das war ja ein Fight. So, die schicken wir jetzt erstmal schön woanders hin. Die verarschen wir mal ein bisschen. Wunderbar. So, alles klar. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sale. Sag doch mal, wo müssen wir denn hin? Ah, da drüben. Okay. Aber von hier sind wir doch gekommen oder nicht? Hä? Egal. Mann, die laufen jetzt alle weg. Aha, die haben wir schön verscheißert. So, haben wir ja. Freien Lauf. Ah, nochmal ein bisschen umgucken, ob hier irgendwo was ist. Irgendeine Kiste oder so ein Mist. Alles klar, Herr Kommissar. Äh, hier müssen wir lang, glaube ich. Ah, da drüben müssen wir hin. Alles klar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alles klar, willst du losmachen? Wie lässt du da, du platzieren? Klar, dann suchen wir Schrift und verschwinden. Ein Ringlinge verloren. Waffenfucht durchsuchen. Zay, lass mich los. Nein. Das ist die Einen, die ich kenne. Mutig, unberechenbar. Benutz deine Waffe. Los, benutz deine Waffe. Zay. Alles okay. Oh, abknallen. Oh, schnell, 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 schnell. Oh. Komm schon, Zay. Komm schon. Ah. Danke. Alles okay? Bin okay. Du? Bestens. Bringen wir es zu Ende. Stoppen wir dieses Schiff. Ich werde es zu Ende. Eveine. Pasu klar. statger Also. Was gar nicht so ein Schiff. Du? Ors Jill? Du? Du? Mann, dort! Wir haben's geschafft. Hey, Mann, was ist los? Hey. Hey. Nein, 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 er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mann, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, Mann, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu. Du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt nicht? Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm, jetzt. Ich habe Angst. Ich habe mehr Angst vor dem Scheitern als vor dem Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Hör zu. Wir kämpfen, damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mann. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Mom. Tja, Freunde, das war's. Das war's, Story DLC. Ja, ich muss sagen, ich hätte mir gerne auch andere Schraubplätze noch gewünscht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir müssen nämlich weg. Ich bin allein, Triff. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat's geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Ja, denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Sektor-Sicher-Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kontakt! Kein Kontakt. Hier spricht Triff sogar. Freigabe Code 73-Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber, aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Triff, ich hab Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Ma'am. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber... Der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde. Habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren. Aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Tja, wie gesagt, das war's. Ein kurzes DLC, aber wie gesagt... Gut, man rast sich hier den Arsch auf, hin und her, und zum Schluss stirbt sie noch. Die Story an sich, Hauptstory mit DLC, für mich ein bisschen zu kurz. Und ja, aber... Gut. Man konnte spielen, war ganz okay. Aber mehr auch nicht. Ich hoffe, dass DLC, die Story hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao, ciao.